... sich im Kern. Bist du reif genug, um es zu erkennen? Fünf. Adam und Eva, Adam, Eva, Adam und Eva, also eigentlich Apfel, Apfel, Apfel. Apfel. Reif genug ist auch schon mal ein guter Hinweis. Aber bei den letzten sehe ich jetzt per se nicht wirklich... Apfel, Apfel. Die Jun und die Äpfel. Nein, ich wollte noch nicht den. Ich wollte... Ach, wieso... Wieso... Wo sind die Äpfel? Das ist ja klar. Klar. Ah, den D noch, ne? Drücke, um Passcode einzugeben. Ah, das war's. Okay. Gut. Dann haben wir einen von denen. Jetzt muss ich aber rauf. Wenn ich rauf kommen würde... Ja, die Anfangssequenz. Dieses Komplett-Video, was man sich freischauen kann, das kann man auch auf YouTube finden. Also wer jetzt schon das ganze Video sehen möchte, kann sich spoilern lassen und das einfach auf YouTube suchen. Einfach Assassin's Creed 2 Secret Video eingeben, dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Das ihr das findet. Und einmal ein wenig mehr von Florenzien. Äh... Flor... Äh, verzeiht. Florenz ist, äh, schon ein Stückchen groß. Gut, jetzt haben wir... Nein. Falsch. Genau. Das heißt, wahrscheinlich gibt's überall bei jedem grosseren Gebäude einen Punkt, der uns irgendwas verraten kann. Und da sind wir plötzlich so bei Feldern. Noch ganz karg früher, ne? So hat das früher ausgesehen, so 2008, 2009 rum müsste das gewesen sein. Und das war sehr detailreich. Dazumals. Und weg. Nein. Ich... Nein, ich... ich möchte doch nicht hier rein. Wenn sie hinter mir her sind. Stopp! Genau, jetzt einmal unter der Brücke durch. Jetzt wieder raus. Jetzt muss... Hm? Das bezweifle ich noch, ne? So, einmal hier rüber zuerst und dann hier rüber, weil wenn ich direkt gehe, dann bin ich wieder auf dem Boden unten und wahrscheinlich tot. Genau, schön auf den Turm. Okay. Okay. Gut. wir haben das ganze jetzt mal die ich warte noch mit dem weil ich keine waffe habe aber wenigstens haben wir das mal soweit jetzt freigeschaltet und ich meinte das war nicht irgendwo schnellreisestation kann ich da nicht schnell reisen oder vielleicht noch nicht 13 von 73 aussichtspunkten haben wir klommen einfach mal in die menge untertauchen gut einmal hier wir sind stolz auf unsere gute qualität zu gerechten preisen ja mal schauen jetzt da durch alter die musik im hintergrund die die macht mich nervös aber sowas von nervös war das nicht irgendwo anders war man hier war doch doch kann kommt ungefähr hin kommt ungefähr hin oh salve ja Nicht gerade mein Lieblingsort aktuell Zum Glück ging das jetzt gerade gut Jetzt muss ich da mal hinauf mal hier hinüber und dann wäre es Seniore Rüstung Oh Man kann doch sich schon etwas holen Nehme ich gerne Bereits im Besitz Ich zähle einfach nochmal Jetzt habe ich dafür kaum Geld mehr Aber Moment Das müsste doch Das ist doch hier Oder bin ich jetzt Hallo Leonardo Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden Äh Habe ich jetzt da irgendwas verpasst Leonardo in seiner Werkstatt besuchen Da er vielleicht Giovanni's Klinge reparieren kann Ja Und ich bin doch jetzt bei Das ist Ezio Kunsthändler Das brauche ich ja per se nicht Aber wir sind doch bei Leonardo Aber wir sind doch bei Leonardo Und da bringt es mir auch nichts wenn ich da hier aus der Stadt hinausgehe Und das war ja Wo ist Ich verstehe es gerade nicht Also schöne Federn Nehmen wir gerne 6 von 100 Aber Leonardo Weil ich Ich habe jetzt auch wirklich Keine Möglichkeit Habe ich jetzt irgendwas verpasst Ich möchte ja die auch nicht irgendwie einen Attentat angriff machen Alternative Kamera Das ist ja hier Das ist doch Das ist jetzt Doof Ne Anzeigeeinstellungen Haupterinnerung Sekundärerinnerung Bekanntheitsgrad Ökonomie Strativ Ok Das müsste doch hier sein Das müsste doch hier sein ne Oder warte mal Warte mal Kann es sein Was für ein Mann Nicht wie Arrigo Dass wir Was für ein Mann Mir kommt etwas In den Sinn Und zwar Meine Theorie Ist Weil Wir sollten ja Irgendwas noch Anheuern Und Wenn das wirklich Der Fall ist Dass wir etwas Anheuern müssen Dann Kann es ja sein Dass wir zuerst jemand Anheuern müssen ne Ja 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 Da! gut mal hinauf weil irgendwo habe ich sie ja immer eigentlich oben gesehen auf den Dächern aktuell nicht wirklich eine gute Möglichkeit Acht runter ab 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 Gut, dann geht es auch mal hier hinauf. Pam 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 pam. So. 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 Das hat echt beschissen funktioniert, aber was habe ich... Okay, jetzt könnt ihr mir gerne sagen, was oder warte mal, ich kann ja einmal hier, kann ich speichern, aber abbrechen und dann wieder neu machen, weil wenn das nicht geht, möchte ich das gerne nochmals laden. Ja, müssen wir jetzt dafür das dann nochmals machen? Mhm. Mhm. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Si. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Akzeptieren. Ehm. Drücke. Aha. Ah, okay. Okay. Einmal das. Dann geht's weiter. Also, wir wissen ja, Leonardo ist hier. Das ist seine Werkstatt. Dann gehen wir jetzt mal einfach dort in die Richtung. Aber wenn das nicht funktioniert, dann wird's schwer. Okay. Gut. Da kommen wir ja hinein. Vielleicht kann es auch sein, dass wir durch... Oh, Mist. Dort ist etwas. Ich würde gerne wissen, was das ist. Von einem extra hundertstel. Ja, 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 ja. Ja, doch. Ich nenne den Mann. Wo kommt ihr denn hier? Hey, Amigo! Stacia Denti! Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Ja, gar nichts. Ich möchte hier nur zu Leonardos Werkstatt. Gut. Was tut ihr denn hier? Ich gehe schon rund. Ich gehe schon rund. Wie geht es für das dein Grund? Das wird das schon so sein. Oder ist das sein Wohngebäude, aber nicht seine Werkstatt? Glaube ich zwar nicht. Glaub ich einfach nicht. Es fehlt was. Irgendwas wird nicht getriggert, ne? Es war doch hier durch, ne? Was soll das? Kann ja nicht so gehen wie andere anderen auch. Ja, 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 ja. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Reisen. Warte mal, wenn wir hier theoretisch hier waren. Hat einen schicken Schneider. Gut, jetzt einmal hier. Und dann wären wir hier unten. Also das müsste... Es triggert mir den nicht. Ähm... Liebe Freunde, ich mach mal kurz Pause. Und hoffe, ich kann das irgendwie fixen. Weil sonst wird das jetzt echt blöd schwer. Also, liebe Freunde, bis gleich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.